liebe zuseherinnen liebe zu sehr kurze kurze einstellung wieder hier nahe der schwächert sehr sehr wenig wasser sehr viel geröll wird da herum geschoben offensichtlich und vorne ist gegenverkehr also es ist nur ein kurzes video wir haben jetzt 15 uhr ziemlich genau und weiter geht es dann im nächsten video von der kreiner hütte aus ende